Dieser zum Kauf angebotene gut gepflegter Vierzimmer Bungalow befindet sich im Kreis Heinsberg. Das Gebäude ist stufenlos zugänglich. Das im Jahr 1973 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 614 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 220.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.